Sie hat beim Transport von Flüchtlingen gute Arbeit geleistet, aber Teufel auch, man kann nicht jeden retten, also nimm sie, wir haben auch Leute in Venedig. Wenn du dorthin kommst, suchst du nach Specht und sagst ihm, wo du unser Baby zurückgelassen hast. Klettere rein! In Ordnung, Motor starten! Wir basteln noch an ihr, daher ist die Steuerung nicht perfekt, aber die Lichter sind erste Klasse. Spinnwanzeln brauchen wir nicht zu fürchten und in den langen Tunnels gibt es viele davon. Du musst los, es ist ein langer Weg. Du solltest mit dem Zeug machen. Du solltest mit dem Zeug machen. Hm? 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.